Und bei mir im Studio begrüße ich Prof. Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler von der Universität Erlangen. Lassen Sie uns zunächst mal reden über die Symbolkraft dieses Treffens. Warum ausgerechnet die sechs Außenminister der sechs Gründungsstaaten? Keine Osteuropäer, keine Nordeuropäer, kaum Südeuropäer außer Italien. Ja, wir haben es ja eben gehört schon im Tenor, dass vor allen Dingen natürlich die Gründungsstaaten ein Signal aussenden wollten. Die Frage ist auch, wie schnell ließ sich so etwas? Es war ja nun wirklich sehr, sehr kurzfristig und spontan dann auch angesetzt, ob hier gleich, ich würde mal sagen, die erweiterte Union, 27, soweit wollen wir nicht gehen, aber Ostmitteleuropäer noch vertreten sein sollten. Das ist natürlich ein Dauerthema eigentlich, das kennen wir ja. Und vielleicht wird das Signal aus Warschau auch sein, warum waren wir nicht dabei gewesen? Das ist überhaupt keine Frage. Aber mal ungeachtet dessen, denke ich, man wollte Aufbruchstimmung vermitteln, insbesondere natürlich die Gründungsmitglieder, weil wir mit Großbritannien zwar jetzt nicht ein Gründungsmitglied verloren haben, aber doch einen Staat, der seit den 70er Jahren, seit 1973, seit seinem Beitritt, wie sagen wir mal so schön, zu den drei Großen zählten und zu einer der wichtigsten Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Insofern denke ich, all das, was hier so, ich will nicht sagen, dass man das überspielen will, die Tragweite dieser Entscheidung, aber natürlich, was bleibt den Staats- und Regierungschefs auch anders übrig, als jetzt hier eben den Aufbruch in der größten Krise eben auch zu vermitteln. Das ist das, was man erwartet. Aber ich denke, es werden wir in den nächsten Tagen auch noch hören, eine nüchterne Analyse, warum ist es so weit gekommen, und die ist allemal notwendig. Und ich glaube, uns wird dann auch mehr und mehr noch die Tragweite dieser Entscheidung eben bewusst werden. Das, was wir von den Außenministern da gehört haben, hat sich ja eher ein bisschen wolkig angehört. Waren Sie trotzdem in der Lage, auch ein bisschen Substanz rauszulesen, in welche Richtung es gehen soll? Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem, was wir jetzt gehört haben, nicht unbedingt. Ich glaube nicht, es ist wichtig, es gehört da mit dazu. Wir haben gehört, nochmals die Gründungsmitglieder, der Appell, sich zu besinnen, wofür steht dieses Europa. Es ist aber nicht das, was vielleicht die Generation oder das der europäische Bürger alleine hören wird. Es ist zwar wichtig, immer wieder daran zu erinnern, aber Europa steht in einer der tiefsten Krisen überhaupt seit Jahren und ist zu einer Gemeinschaft geworden, die mit Krisen konfrontiert sich, sich da vielleicht auch dran gewöhnt hat. Das sind Dinge, die kann man nicht unter den Tisch kehren. Und das wird Europa in den kommenden Monaten auch mehr beschäftigen. Wir hören jetzt, die Flüchtlingskrise wird thematisiert. Alle nehmen das zum Anlass. Das signalisiert einmal mehr, wie sehr auch diese Flüchtlingskrise natürlich mitursächlich ist für dieses Stimmungsbild. Nicht nur in Großbritannien, sondern in anderen Ländern natürlich auch. Und dazu kommen viele andere Dinge. Wir haben die Euro-Krise noch nicht überwunden. Es gibt eine Menge Themen und mehr eine Krise natürlich. Ich möchte mit Ihnen nachher noch ausführlicher darüber reden, wie denn eine zukünftige Union ohne Großbritannien aussehen könnte. Jetzt aber mal kurze Konzentration auf die Frage, wie könnte denn das Verhältnis zu Großbritannien in Zukunft aussehen? Möglichst eng, weil wir wollen ja schließlich unsere Autos nach Großbritannien verkaufen oder mal schön Exempel statuieren, damit noch andere nicht nachmachen, was die Briten vorgebracht haben. Also ich würde davor warnen, wir haben ja auch eben herausgehört, so ein Signal war ja auch, also möglichst schnell. Die Briten sollen auf der Basis von Artikel 50 einreichen und den Austritt erklären und dann möglichst schnell Verhandlungen beginnen. Und dann kennen wir ja das Zeitfenster, was in den letzten Monaten schon viel diskutiert wurde von zwei Jahren. Also ich darf daran erinnern, dass wir in den 80er Jahren Grönland, dass der Austritt eines vergleichsweise demografisch gesehen und auch vom Gewicht der kleinen Staates in den 80er Jahren drei Jahre gedauert hat. Also zu meinen, dass Großbritannien und die Europäische Union in den nächsten zwei Jahren sich einvernehmlich werden einigen können. Es wäre wünschenswert und schön, aber angesichts eines Konvoluts von etwa 80.000 Rechtsakten, die eben auch durchdekliniert werden müssen, wo man sehen muss, was will man, wie soll es weitergehen, das wird die Europäische Union, das wird Großbritannien beschäftigen, ich wage zu behaupten, etwas länger als eben nur zwei Jahre.